Was versteht man unter Quetschen? Quetschen sind Brummen, die im September rief sind. Für eine gute Quetschentat musst du Brummen nehmen. Quetschen kann man inmachen, kochen, drehen oder man kann Schabaut ausbrennen. Die Groß-Vertzelt. Bei uns im Jade stünde eine große Quetsche-Bom. Der Ohm hat nun im Kreisch aus der Brummen oder Quetschen Schabaut gebrannt. Eher, ich habe so viel Quetschen, dass man jeden Tag Quetschen zu essen hat. Uns Quetschen Pannen kochen, dann Quetschen Tarte, dann Quetschen Kompott. Ach, die Quetschen kommen uns bald am Hals russ. Wir kommen nicht mehr vom Höfje. Jahrelang kocht ich kein Quetschen mehr Sinn. Hück, da Quetschen oder Petschen ist mir allerdings ein Quetschesche-Bäuche oder Brummesche-Bäuche, wo man auch Slibowitz für sieht. Dramatische Musik